Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute La und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Angelsäckchen öffnen. Und dazu war ich schon fleißig, hab ein paar gefarmt. Insgesamt wollen wir jetzt 10 Stück aufmachen. Und wenn ich Glück hab, krieg ich diesen Angelhut raus. Und ja, schauen wir mal. Kiste Nummer 1 sieht schon mal leider schlecht aus. Zusätzlich gibt's da hier immer noch ein bisschen anderen Stuff, ne. Einen Haufen so graue Items gibt's hier aus den Kisten, die ich gerade aufmache. Aus der Garnision gibt's dann immer noch dieses Urgeist-Gedönse. Das kann man dann bei einem Händler noch umtauschen, was ganz nett ist. Uh, ein Rezept gibt's hier auch. Das hab ich, glaub ich, mit einem anderen Schau auch schon rausgezogen. Ist jetzt einfach nur irgendein Kochrezept. Viel bringt das jetzt nicht, aber wir lernen's einfach mal, was easy hingebunden ist. Okay, vier Kisten haben wir noch. Uh, komm, gib mir meinen Hut. Oh boy. Nein, ich hab was Blaues gesehen, hab ich dieses blöde Pad bekommen. Das hab ich schon x-mal jetzt mittlerweile. Komm, letzte Kiste. No. Okay, heißt, ich muss noch mal ein paar Kisten farmen. Sieht leider schlecht an der Stelle aus. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Sobald ich wieder ein paar hab, gibt's wieder ein Video. Und ja, dann sehen wir uns da. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. und